Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Gratulantinnen und Gratulanten. Als ich den Anruf erhielt, ich sei der Ars Legendi-Preisträger 2015, da war ich zunächst völlig verwirrt, gerührt und ungläubig. Den Anrufer Herrn Tauch sprach ich kurzerhand mit Herrn Wenz an und außer ein paar gestammelten Antworten brachte ich kaum etwas hervor. Kurz danach stürmte ich in die Büros meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und rief, wie man es vom Pokalwettbewerb des deutschen Fußballs her kennt, Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Neben der großen Freude über den Preis möchte ich damit zum Ausdruck bringen, dass ein Preis für digitales Lehren und Lernen in jedem Fall eine Teamleistung ist. Ein Einzelner kann die Komplexität dieses Themas nicht bewältigen. Aufgaben wie Web Development, Web Programming, Videoschnitt, Audioproduktion, inhaltliche Qualitätssicherung, dazu Vernetzung, Betreuung, Assessment, um nur einige zu nennen, bedürfen eines gut funktionierenden Teams mit klar definierten Kompetenzen und vielfältigen Fähigkeiten. Und über ein solches Team verfüge ich seit vielen Jahren. Hier sind in alphabetischer Reihenfolge meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die allesamt unsere digitalen Elemente entwickeln und mit zusätzlichen Aufgaben für die Lauffähigkeit unserer Systeme sorgen. Da sind Lisa Feldmann und Eva-Marie Großkurt beide zuständig für die Kursentwicklung und Betreuung in unserem virtuellen Zentrum für Lehrerbildung. Anja Penzler-Beyer und Katharina Weber sind neu im Team und zuständig für unsere Online-Studiengänge und die internationale Vernetzung. Mit Tabea Weiß habe ich schon viele Videos produziert. Und last but not least, Peter Franke, seit vielen Jahren unser Hauptprogrammierer. Ohne diese leider immer nur mit kurzfristigen Verträgen ausgestatteten Mitarbeiter wären eine umfangreiche Digitalisierung und der As-Legendi-Preis nicht möglich geworden. Daher geht mein Dank an alle jetzigen und früheren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, an all meine studentischen Hilfskräfte und gleichzeitig geht meine Botschaft an all diejenigen, die sich der Unterstützung der Digitalisierung verschrieben haben. Fördern Sie die Teams, fördern Sie den Mittelbau und sorgen Sie für größere Nachhaltigkeit bei der Förderung von Digitalisierungsszenarien. Neben diesem Teamgedanken sind aber noch andere Eckpunkte bei der Digitalisierung der Lehre zu beachten. Ich möchte diese als Anglist mit dem Buchstaben P charakterisieren, wobei P für Pioneer, Perseverance und Passion steht. Dass mein Team und ich irgendwo Pioniere sind, hat uns ja zu Anfang des Jahres 2015 bereits der Hessische Rundfunk, wie ich finde, eindrucksvoll dokumentiert. Schauen wir uns also den Begriff Perseverance, Beharrlichkeit, näher an. Ja, man muss schon einen langen Atem haben und von seinen Ideen überzeugt sein und sich seiner Überzeugung auch treu bleiben. Oder wie der große Stephen Jobs es so plastisch ausdrückte, have the courage to follow your heart and intuition. Ich denke, dass ich genau das oft gegen große Widerstände über die Jahre genauso gemacht habe. Meine Überzeugung war es immer, dass Technologie für meine Lehre ein großer Gewinn sei. Lassen Sie mich das mal kurz illustrieren. Es begann 1983, als ich Besitzer eines VC-20, dann eines C64-Heimcomputers war, für deren Firma ja sogar Bayern München Trikotwerbung gelaufen ist, nämlich Commodore. Ein Computer, den man ausschließlich in Basic programmieren musste und auf dem ich kleine linguistische Animationen erstellt hatte. Und ich war der Überzeugung, dass diese Animationen besser seien, als das, was ich auf einer Kreidetafel produzieren könne. Also brachte ich die ganzen Gerätschaften zusammen mit einer mobilen Fernsehgeräteeinheit in den Hörsaal, verkabelte das, um ganze fünf Sekunden Animation abzuspielen. Der Lernerfolg? Ich weiß es nicht. Oder nehmen Sie 1990, als ich Harvard Graphics einsetzte. Viele kennen das Programm gar nicht mehr. Es war eigentlich der Vorläufer von PowerPoint und ich konnte über einen speziellen, sehr kostspieligen Foliendrucker meine vorher handgezeichneten Folien nun neu erstellen und auch ausdrucken. Der Lernerfolg, der muss diesmal enorm gewesen sein, denn die Folien waren dermaßen schrill und bunt, dass sie sich tief im Langzeitgedächtnis meiner Studierenden eingegraben haben mussten. Und nur wenige Jahre später, 1992, kam ich in den Besitz eines Overhead-Projektor-Displays. Ich konnte die Folien nun in Graustufen, aber animiert über einen tragbaren Computer an die Wand projizieren. Schreckliche Animationen und Übergangseffekte. Und der Lernerfolg? Ich weiß es nicht, denn der Raum musste so stark abgedunkelt werden, dass ich ja kaum Reaktionen ausmachen konnte. Und das wurde auch 1996 nicht besser, als ich einen ersten Datenprojektor, später wurden diese Geräte Beamer genannt, einsetzte. Er war gefühlte 30 Kilogramm schwer, musste mit zwei Personen in den Hörsaal gewuchtet werden und ich konnte nun die Folien auch noch bunt an die Wand werfen. Und der Lernerfolg? Ich weiß es immer noch nicht. Es musste um die 200 Lumen, die satten 200 Lumen dieses Gerätes in Entfaltung zu bringen, der Raum abgedunkelt werden. Es war niemand mehr zu sehen und dieses Mal auch nicht mehr zu hören, denn das Lüftergeräusch übertönte alle studentischen Reaktionen. Ja, und der größte Fehlschlag, der kam 1998, als ich der Meinung war, unsere selbst und aufwendig produzierten wissenschaftlichen CD-ROMs zum Thema Linguistik an Studierende geben zu können und nun einfach auf den Lernerfolg warten zu können. Doch alles, was trotz des großen kommerziellen Erfolgs dieser CDs dabei herauskam, war die Pressemeldung Computer ersetzt Professor. Ein Label, das mir meine Kollegen gefühlt heute noch anrichten. Aber aus all diesen Erfahrungen im Umgang mit Lehr- und Lerntechnologien im 20. Jahrhundert hatte ich gelernt. Neue Medien und Technikeinsatz allein, das ist es nicht, was zu Lernerfolgen führt. Das scheinen übrigens viele MOOC-Entwickler heute noch nicht wahrgenommen zu haben und man muss ihnen immer wieder sagen, Learning is not just Video. Bei mir kam diese Einsicht ab ca. 2004 bis 2006, als wir mit invertierten Szenarien experimentierten und ab 2012, als dann unser Inverted Classroom Mastery Model in unserer Lehre fest verankert wurde. Vieles von dem, was in den Jahren zuvor probiert wurde und zum Teil völlig falsch lief, konnte nun in vernünftige Bahnen gelenkt werden. Aber es war viel Beharrlichkeit vonnöten, um nicht nur den Widerständen zu trotzen, sondern auch den Glauben an die eigenen Strategien zu bewahren. Lassen Sie mich daher noch mal Stephen Jobs zitieren. Der sagte, Embrace every failure. Own it. Learn from it. And take full responsibility for making sure that next time things will turn out differently. Ich denke, einige der von mir aufgezeigten Beispiele haben unsere Fehler gezeigt, aber, so hoffe ich, auch die Lektionen, die wir gelernt haben. Zum Beruf des Hochschullehrers gehört aber nicht nur Beharrlichkeit, sondern auch etwas, das sich wieder mit dem Buchstaben P verbinden möchte, nämlich Passion, Leidenschaft. Doch wo bekommen wir diese Eigenschaft, die auch Neugier mit einschließt, her? Systematisch für die Lehre ausgebildet sind wir ja in der Regel nicht. Die Habilitation ist in den meisten Fällen nur eine formale, nicht aber eine reale Qualifikation zur Lehre. Alles auf das, was wir zurückgreifen können, sind Trial and Error, Learning by Doing und Vorbilder. Und ich hatte solche Vorbilder und habe Glück gehabt. Mit Klaus Knutzmann zum Beispiel, Professor für Anglistik, Didaktik an der TU Braunschweig, der mich frühzeitig für die Linguistik begeistern konnte und mir klarmachte, dass ich mich zwischen Rockmusik und Linguistik entscheiden musste, mit ihm hatte ich den perfekten Einstieg bekommen. Und mein Doktorvater, Eckerhard König von der Freien Universität Berlin, der hatte immer super Tipps parat, als ich ihn fragte als junger Mitarbeiter, was mache ich denn, wenn ich nach 60 Minuten mit meinen Inhalten durch bin? Mehr hatte ich ja damals noch nicht. Da sagte er, Anke, wiederholen Sie. Ja, da sagte ich ihm, das reicht aber nur bis Minute 75, was mache ich denn dann? Wiederholen Sie das Wiederholte, sagte er. Nun, er hatte Recht, dieses Prinzip setze ich heute noch ein. Wiederholen und Vertiefen bilden heute die Grundlage der Präsenzphase im Inverted Classroom. Und schließlich noch die Betreuerin meiner Habilitation, Gisa Rau von der Bergischen Universität Wuppertal. Alle drei sind übrigens mittlerweile emeritiert. Sie stellte mir große Teile ihrer finanziellen Mittel zur Anschaffung von Lehr- und Lerntechnologien zur Verfügung. Sie räumte mir große Freiheiten beim Einsatz von Lehr- und Lerntechnologien ein. Freiheiten, von denen ich heute noch profitiere und von denen ich hoffe, dass ich dieses Prinzip auf meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übertragen konnte. So ist es am Ende nicht nur Leidenschaft, Passion, sondern auch die wunderbare Unterstützung meiner Förderer, die meine Lehrtätigkeit entscheidend beeinflusst haben. Der größte Dank allerdings geht an meine Familie, insbesondere an meine Frau Heike. Sie hat mir immer den Rücken freigehalten, wenn ich spätabends broken URLs repariert habe, fehlerhafte JavaScript-Routinen korrigiert habe oder schlicht E-Mails an ungeduldige Studierende versandt habe. Ihr gilt mein aufrichtiger Dank. Gestatten Sie mir abschließend noch ein Wort zum Hochschulforum Digitalisierung, das ja unter anderem auch unter der Ägide des Stifterverbandes und der Hochschulrektorenkonferenz läuft. Neben den so wichtigen Handreichungen an die Politik, die Hochschulen, die Lehrenden und die Studierenden, die bis spätestens Ende 2016 vorliegen werden, hat das Hochschulforum Digitalisierung eines schon jetzt erreicht. Es hat Akteure in einer bisher nicht gekannten Art vernetzt. Auf Augenhöhe diskutieren Hochschulpräsidenten mit wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Studierenden. Es bringen sich Politikerinnen und Politiker und Vertreter der Wirtschaft in die Debatte mit ein. Man kennt sich, man profitiert voneinander und entwickelt die so dringend benötigten Ideen zur Digitalisierung. Ohne das Hochschulforum Digitalisierung wäre dieser Arslegendi-Preis 2015 so nicht möglich gewesen. Und so ist dieser Preis für mich nicht nur Motivation, die Digitalisierung der eigenen Lehre voranzutreiben und zu verbessern, sondern auch Auftrag, überall dort, wo Bedarf ist und wo man es wünscht, meine Ideen mit einfließen zu lassen. In diesem Sinne danke ich dem Stifterverband und der Hochschulrektorenkonferenz nicht nur für die Überreichung des Arslegendi-Preises, sondern auch für den dadurch entstehenden gewaltigen Motivationsschub für mich und meine Mitarbeiter. Herzlichen Dank. Vielen Dank.